Nordgelblatt, nehmen wir mit. So, also, jetzt aber. So, 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 so. So, so, so und so. Lalalalalala. Komme ich hier überhaupt hoch? Hallo? Aha, Plateau, Hühle, Außenposten. Wo ist denn der, wo ist denn der Wegpunkt? Oh, ich habe gerade erfahren, dass bei mir in der Gegend eine Bombe entschärft wird heute. Huch, dass bei mir in der Gegend heute eine Bombe entschärft wird. Oh, das ist doch super. Das hört man auch gerne. Bei uns ist Bombenentschärfung dort, wo ich wohne. Das ist natürlich supi. Das freut einen doch. Jetzt frage ich mich gerade, wo ist denn, hä, wo ist denn der Wegpunkt? Jetzt wo ist denn der, hä? Ach, der Außenposten ist unten wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass er hier unten drückt? Ich versuche mal hier runter zu gehen. Höh! 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 Alter, mitten im Dorf rein, natürlich! Natürlich! Höh! Höh! Ich werde so, ich werde so, ich werde so, Alter, ich werde so abnippeln. Ich werde so abnippeln. Ich werde so abnippeln. Alter, ich werde so abnippeln. Ich werde so abnippeln. Das war, oh Gott, wie soll ich denn hier? Höh! Höh! Aua, lass das. Höh! Stich, Stich, ich piekse. Ich piekse dich, ich piekse dich, ich piekse dich. So, ins Gesicht. Oh Gott, was ist denn hier los? Was ein Stress. Hört doch auf damit. Ach, das ist der Dicke, ne? Höh! Höh! Aua, lass das. Survival! Boah, wie er einfach wegfliegt, cool. Erstmal alles wieder aufsammeln. La 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 la. Alles wieder, alles wieder mitnehmen. Sperre haben wir auch wieder aufgesammelt. Wir bräuchten mal ein paar Sachen hier, um mir wieder, äh, Speere herzustellen. Ich loote die jetzt einfach mal ab. In der Hoffnung, dass, äh... Hab ich die jetzt... Was? Wer? Wo? Was? Was? Ach, da. So, in den Kopf. Ähm... Alter, was ist denn hier los? Ey, da stürme ich direkt in das Dorf rein. Das gibt's doch gar nicht. So. Jetzt mal gucken. Jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ich hoffe... So, kann ich denn jetzt mal... Ähm... Kann ich denn... Das dürfen eigentlich nicht mehr so viele sein. Ja, Headshot! Das war's. Jawohl. Ich hab echt gedacht, wir schaffen das nicht. Platuhöhle. Außenposten. 13 von 15. Noch zwei Außenposten, dann haben wir alle. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was für ein... Was für ein Theater. Ich hab echt gedacht, wir schaffen das nicht. Nicht, dass wir hier echt... Dass wir hier echt abnippeln. Ich hab echt gedacht, wir nippeln hier ab. Ohne Spaß. Ich hab wirklich gedacht, wir nippeln hier ab. Was doch wirklich so... Verdammt viel war. Und wir direkt in die Hülle gespawnt sind. Ich heil mich nochmal eben. Machen wir noch ein bisschen Fleisch hier mit. Na. Nimmst du. Nimmst du das Fleisch mit? Danke. So. Heilen können wir uns nicht mehr. Wir sind geheilt. Okay, dann gehört dieser Außenposten auch uns. Sehr schön. Also. Ähm. La 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 la. Haben wir jetzt alles? Wir haben... Ja, Pfeile. Mhm. Okay, so wie. So. Was wollte ich jetzt? Wir wollten... Achso, genau. Nach dem Außenposten wollten wir ja... Äh. Nach dem Außenposten wollten wir ja in Richtung... In Richtung der Mission. Wo sind wir denn? Ah, jetzt haben wir hier schon alles befreit. Ah, guck an. Okay. Da oben müssen wir auch noch hin. Das ist Leuchtfeuer. Und hier scheint auch noch irgendwie... Äh. Irgendwas zu sein. Ich werde aber da jetzt hinlaufen und nicht hinspringen mit einem Schnellreisepunkt. So, dass wir ein bisschen mehr was von der Karte aufdenken. Dass wir sehen, was da so ist. Irgendwie habe ich immer noch einen Moment. Frosche im Hals. Warte mal. Oh, die Mammuts. Können wir... Dürfen wir die Mammuts jetzt eigentlich wieder reiten? Oder wie ist das? Oder... Oder greift er uns an? Nee, nee. Ich gehe da mal nicht hin. Das ist... Nee, das ist mir zu gefährlich. Er hat uns aber nicht angegriffen, ne? Ah, wie süß. Ich finde das voll geil hier. Ich mag das mit dieser Tierwelt. Das ist voll mega. So. 600 Meter noch. Circa. Dann sind wir da. Ich hoffe aber, dass wir noch einen anderen Außenposten finden. Wo sind er? Da hinten laufen sie. Der hat eine Bombe dabei. Sehr schön. Zweimal Kopfschuss. Ach, wir können unbedingt mal so langsam unseren Bären mal wieder rufen. Ich vergesse das immer, dass wir einen Begleiter hier haben. Damit wir... Wenn wir den Außenposten oder so haben, damit wir da mal... Ey, du kannst auch Tiere zähmen. Warum machst du das denn nicht? Ja, ich vergesse das immer wieder. Ich bin ein alter Mann. Habt ein Nachsehen mit mir. Ich bin ein alter Mann. So. Das ist immer so meine Ausrede. Es sieht aus, als wäre das irgendwie oben. Ich höre schon wieder irgendwo welche. Ähm, wir können den aber trotzdem mal rufen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Unseren Nabenbären. Können wir unseren Begleiter mal rufen. Ich grase mal nochmal ein bisschen hier an Holz ab zwischendurch. So, bisschen Stein, bisschen Holz. Da oben laufen auch schon wieder welche. Ich gehe den mal aus dem Weg. Das Holz lasse ich jetzt mal liegen. Ich weiß. Ich weiß. Jack, geh weg. Jack, geh weg. Jack, geh weg. Baybars, Fels, Unterschlupf. Aha. Das waren auch Gegner. Die haben uns eiskalt nicht gesehen. Okay. Versuchen mal hier lang zu gehen. In der Hoffnung, dass es richtig ist. Kann ich irgendwo raufklettern? Und die Kälteanzeige sinkt nur langsam. Wir haben uns ja gute Kleidung gemacht. Okay, ich gehe mal wieder runter. Das heißt, wir halten noch ein bisschen mehr die Kälte aus. So, Ton. Hey, wir haben Ton gefunden. Cool. So. Alter Verwalter. So. So, dann gucken wir mal, dass wir mal in Richtung Mission kommen. So. Wir gehen auf jeden Fall die richtige Richtung. Entschuldigung. Die richtige Richtung. Nein, geh mit raus. Wie ich. Nur Lümmel. So. Töte die Angreifung und rette die Gefangenen. Wenn ja, das können wir machen. Dann kriegen wir wieder Leute in unserem Dorf. Wenn wir schon einmal hier sind. Oh, der Venja ist eh tot. Das hat sie eh erledigt. Also sollte ich mich vielleicht da von zurückhalten. Und da kam jetzt gerade dieser Säbelzahntiger. Der hat das, ja, grandios erledigt. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ach, da. Okay, kleiner Bär, bleib unten. Ich muss irgendwie nach oben. Höh. Ich werde dich rufen, sobald ich kann. Ja. So. Jetzt ist mal hier hin. So. Wo sind wir hier? Ich, äh. Uah. Wird jetzt schon wieder Nacht? Kann das sein? Es ist doch... Es ist sehr stürmisch hier oben. Es ist sehr dunkel. Ich habe Angst. Ja, bleib locker. Da ist auf jeden Fall jemand. Oh. Und hier ist... Bin ich jetzt schon... Ich schaue mal eben auf die Karte. Ach, ich bin jetzt schon bei der Mission. Wollte ich... Uah. Ah, okay. Es kann sein, dass es rot ist, weil wir hier schon bei der Mission sind. Okay. Okay, wir sollten definitiv schauen, dass wir... Ich rufe mal eben die... Ui. Ich rufe mal eben die Eule. Nein. Und unser Bär greift an. Verdammt. Eie. Die Mission wird nicht schön. Okay. Okay, okay, okay. Aua, Alter, was... Lass das. Wieso greifst du mich an? Hau ab. Verzieh dich. Höh. Geh woanders hin. Scheiße, wir können unseren Bär nicht retten. Wo ist denn der... Oh, es wird so lang... Nein, 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 nein. Es wird so langsam kalt. Wir sollten echt zusehen, dass wir ans Feuer kommen. Huch, was war das denn? Was war das denn? Da glitscht der einfach mal weg. Mist, wir müssen ans Feuer kommen, sonst erfrieren wir. Komme ich irgendwie in die Nähe vom Feuer? Hier, 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 hier. Hallo, ich bin am Feuer. Oh, Gott sei Dank. Hua. Ja, unser Bär ist weg. Kann ich leider nichts machen. Ja, ich kann sie im Bestienmenü wieder beleben. Ist natürlich jetzt doof, dass ich ihn bei hatte, weil er hat natürlich jetzt hier wunderbare Vorfreude bereitet. So, der ist schon mal weg. Ich sollte hier echt vorsichtig lang gehen. Wir können so viele... Hier sind so viele Gegner unterwegs. Und wir müssen zusehen, dass die auch keine Hilfe rufen. So, das ist auch ausgeschaltet. Sehr schön. Da hinten ist ein Venya angefangen. Scheiße, ich schieße da noch vorbei. Ich doof, Mann. Oh, ich stehe so bescheuert. Ich stehe vollkommen bescheuert. Definitiv. Ich hoffe, die beruhigen sich wieder. Oh, oh. Ich hoffe, die finden mich nicht. So, der ist schon mal weg. Sehr schön. Der ist auch weg. Ich brauche nochmal einen Speer. Wichtig ist, dass sie keine Hilfe rufen und uns nicht sehen. Okay. Stich, 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 stich. Okay, die Venya wurden gerufen. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Hör auf damit. Hör auf damit. Geh doch. Ich piekse dir ins Auge. Komm her. Alter, wie viele das sind. Hilfe. Survival. Survival. Guck mal hier. Survival. Survival. Sollst du mich mit der Keule hauen? Habe ich dir... Ich habe dir nicht erlaubt. Also lass das bitte. Lass das. Okay, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, wenn es so weiter geht. Komm, da oben haben wir da stehen. Wer ist denn da? Sollen wir da erledigen? Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Okay, da komme ich nicht rein. Ja, ich muss Schutz nehmen. Ja, müssen wir gleich rein. Ich möchte gerne aber hier erstmal die... So, ciao. Ich kann keinen Speer erstellen. Da ist schon wieder so ein Dicker. Ach, das ist der da. So, da ist Down. Aua. Alter. Uah, ich muss weg. Nein, nein, ich bin gleich tot. Uah. Ich bin gleich tot. Hü. 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 Ich rette mich soeben nochmal in die Höhle. Ja, ich muss das Gegengift erstellen. Ich weiß, aber ich möchte gerne doch schon hier ein bisschen, dass die mir nicht in den Rücken fallen. Möchte ich doch schon gerne... Boah, ich brauche Tierhaut, unbedingt. Hey, beide auf einmal. Beide mit einem Streif. Wie cool. Habe ich jetzt... Achso, die habe ich schon gelootet. Okay. Okay. Einmal Tierhaut haben wir. War es das jetzt hier so langsam mal? Da ist noch ein... Den befreien wir noch, den Venja. Den befreien wir definitiv noch. Wir haben schon einmal... So. Du bist weg. Hier sind aber noch ein paar Leute hier, ne? Kann das sein? Ah, ein paar ist gut. Hü. Da ist noch jemand, der Hilfe rufen kann. Ja, ja, komm weg. Oben ist auch noch einer. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht hier runter. Hilfe. Aua, lass das. Wo ist der? Ah, da. So. Jawohl. Survival. Ach, der zählte als Außenposten. Ah, wie cool. Jawohl. Sehr schön. Huh? Zum, Juri, Alshazar. Da, Krawadam, Wajda. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Geh. Ich bin hier, Malshazzar, in der Malsh-Malsh-Malsh. Ich bin der Windjahr, der Schwa-Tekraualandah. Das war's für heute.